Was ist das? Was ist das? Ihr... Alveil... Ich... Ah... Huch? Huh? Grrrr! Oh mein Gott... Ist das ein Dungeon? Wow Oh Das ist doch Damals In Part 1 oder 2 oder 3 Dieser Ort Diese Diese Architektur Epic Epic Tatsächlich Ein fliegender Dungeon Erinnert mich ein bisschen an Dragon Quest Die Reise des verwunschenen Königs Die Leute die es gespielt haben wissen warum Auf den Zwischensequenzen sah das aber immer schöner aus The Sky Castle Epic Ich finde diesen Ort nur Epic Ich weiß noch nicht gerade warum es laggt aber egal Kurzer Ja wartet Kurzer Cut Leute wie findet ihr diesen Ort Ich finde ihn einfach nur genial gebaut Ich meine für DS Verhältnisse ist das schon sehr gut Sehr 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 gut Dadurch dass ich ja Dadurch dass ich dachte am Anfang das Spiel könnte ich nicht durchspielen Hat sich mittlerweile meine Meinung geändert Das Oh mein Gott Epic Epic Ich muss sagen, für ein DS-Spiel ist das Spiel erstens sehr groß Zweitens, die Grafik ist einfach für DS-Qualitäten richtig gut gemacht Ich hätte nicht gedacht, dass dieser kleine DS so viel leisten könnte An solcher Grafik Das hätte ich echt nie im Leben gedacht Doch das Spiel ist der Beweis Oh, ein Speicherpunkt Soll heißen, dass ich bestimmt wieder kurz vor einem Boss bin Aber ich gehe mal die goldene Mitte weiter Oh, ich finde auch die Musik einfach einzigartig Oh mein Gott, was ist das? Das Ding ist so groß Oh mein Gott Oh mein Gott, zwei dieser Gegner geben so viele Erfahrungspunkte Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich laufe schon wieder im Kreis. Ah, ne, Treppe nach oben ist gut. Oh, das ist... Das kann doch nicht sein. Er lebt doch, aber warum ist er jetzt Stein? Komm her, ich bringe dich irgendwo fettes Stück Scheiße. Oh, die Prinzessin selber. Was für eine Spielwendung, Leute. Ja, sie ist es doch. Was für eine Spielwendung. Ah, die Spielwendung ist sogar noch größer. Oh mein Gott, ich habe voll die Gänsehaut gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war's für heute.